Ich freue mich auf die nächste Ausgabe Late Night Berlin und da haben wir einen wunderbaren Gast. Er ist das Enfant Terrible der deutschen Schauspielszene. Er kann alles. Von Hamlet bis durchgeknallter Postbote im Tatort. Er macht es mit diesen irren Augen. Vielleicht frage ich ihn mal, ob er bei mir auch ein bisschen psychomäßig guckt, weil es ist am beeindruckendsten. Bei uns Lars Eidinger und mit dem spielen wir einen Tisch für zwei. Ich freue mich auf Sie. Late Night Berlin, Montag 23.10 Uhr pro 7. Ich freue mich auf Sie.